Ich hab gesagt, sag bitte nicht, ist so. Ich hab's noch nicht gesagt. Warum ist hier die Wolle weg? Hast du die abgefackelt? Welche Wolle? Hier war ein Sparazio. Warte. Oh, verdammt, ich hab ein Schwert gar nicht mehr ausgerüstet. Nein! Na gut, das mit der Lava geht so nicht, fällt mir gerade auf. Ich wundere mich schon, warum das Holz da auf einmal weggeht und so und die Wolle. Fucking Vollarm, ey. Oh Mann, die Lava ist verschenkt, ey. Gibt's doch nicht. Oh, das muss doch gehen. Warum geht das denn nicht? Ey Mann, ey, warum geht das denn nicht? Die Stadt ist doch schwul, ey. Oh Mann, ey. Hm, das ist schwul, so wie Thomas. So wie deine Mutter. Klar. Immer doch. Jetzt hab ich nicht mal mehr Lava, ey. Jetzt ist doch erst recht. Kack. Aber echt, ich wundere mich so, hä? Wolle weg. Ah. Ist ja ein Schwein in meinem Haus, ey. Ich glaub, mein Schwein pfeift, ey. Ich glaub, ich spinne. Ist so eine Spinne im Haus? Ja. Oh Gott. Oh, ist das schwul. So. Oh, Bildschirm richten. Ich seh gar nichts mehr. So, wo haben wir denn die Schitte Teine? Steine. So. Brauchen wir noch Holz. Dann können wir das hier auch wieder begradigen. Mann, ich dachte, ich hab die Wolle mitgenommen, ey. Wie blöd bist du, André, ey. Meine Fresse. So eine Intelligenz hab ich noch nicht gesehen, ey. Wie behindert muss man sein, ey. Gibt's ja wohl nicht. Ho. Hier steht die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben. Wem denn? Dir. Lol. Na gut, jetzt bin ich komischerweise in einem anderen Fenstermodus. Ist auch nicht schlecht, weil sich irgendwie es grad geschlossen hat. Keine Ahnung. Wer hat mir denn geschrieben? Kann ich? Fragezeichen. Diese eine. Weiß ich noch nicht. Alles klar. Ich mach nochmal kurz, wenn das ein... Muss man kurz nochmal in Folge? Ah! Nein, nein, nein! Wechsle niemals während des Spiels den Bildschirm. Das Bildschirmformat. Bin auf Windows-Taste gekommen und dann geht der bei Minecraft erstmal aus dem Vollbild raus, ey. Voll der Wechsel. Richtig. Aber richtig roh. Deswegen hab ich meine Logitech-Tastatur so geliebt. Da gab's einen Gaming-Mode, dann ist das nicht mehr passiert. Das ist ja cool. Das ist ja schwul, ey. Cool, meine ich. So, komm, was sagt jetzt dieser Kack hier mit dem Glas? Ey, warum kriegt man EP, Erfahrungspunkte, oder XP, wie das heißt? Warum kriegt man das bitte für, verdammt nochmal, irgendwelche... Wenn du Glas rausholst, ey. Wofür? Keine Ahnung. Weil du Glas rausgeholt hast. Was ist daran geil? Ja, das finde ich toll. Oh, jetzt muss ich konzentrieren, da sind nicht so viel Glas verschwinden, ey. Tja. Hätte sogar fast genau gepasst, so. Dann müssen wir noch ein bisschen Kohle nachschmeißen und ein bisschen Sand. Sand und Kohle, so soll es sein. Rohstoffe. Ich habe richtig viel Kohle, ey, und scheiße, ey. Alles irgendwie geholt, richtig cool. Ja, lass die eben noch durchbraten. So. Ist mein Dach wenigstens gleich fertig und mein Haus geschlossen, ey, cool. Ist doch schon mal gut. Ja. Jetzt noch eben das eine draußen dicht bauen mit den Steinen. Da fällt mir auch gerade ein, Kohle kann ich ja nicht auch mal gebrauchen. Müssen wir auch mal suchen gleich. Oh Gott, halbe Stunde nehmen wir schon wieder hoch hin. Krass. Tö. Krass, an wir beide voll synchron. Krumpel. Ich muss Pipi machen. Was? Was ist los? Ich muss Pipi machen! Das mag ich nicht. Tu bist so gay, Alter. Musste mal gesagt werden, auf alle Fälle. Aha. Was Schwules wie dich sieht man nur selten. Ich will mir mal Schafe züchten und so eine Sachen. So, hier kommt irgendwann mal ein Fenster rein. Oh, wenn das ja nicht mal Adventure-Style gerade war. Richtig, richtig krass, richtig der Chabo. Was für Chabo, sagt Casey. Der kann ja das glaube ich nicht mit diesen Chabos, was mit der Babo ist, ne? Und ich sag so, Sau Chabo oder so, habe ich gesagt. Richtig der Chabo. Und er so, am Ende des Videos war das genau. Sein letzter Satz am Ende des Videos. Was für Chabo. Das war richtig witzig, ey. So, Glas rein. Hier kommt die Wolle rein. Hier kommt, hier kommen die Steine rein. Fleisch. Ich sollte mir jetzt noch eine Kiste machen. Mit Fleisch. Auf jeden Fall. So ist es alles. Erzähl mal was. Lass mal eine Geschichte erzählen. Thomas Gaylord. Erzähl eine Geschichte, man. Das ist gerade voll still. Das kommt es nicht richtig an. Keine Ahnung, wie du so schwul geworden bist. War jetzt nur so eine Idee. Nein, komm. Sag irgendwas. Alles damit an, dass ich dich in Skype getroffen habe. Und dann dachte ich, wie so ich will ihn nicht allein spielen sterben lassen. Oh Gott, er ist so eklig. So was hat ihr noch nicht gesehen. So was ekliges gibt es nur einmal. So, jetzt packen wir das ruhig mal wieder hier rein. Nehmen wir uns die Schilder. Truhe kann auch weg. Okay. So. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt mal ein bisschen farmen gehen. Ja, will ich ja. Ich muss nur noch, bin sogar schon fast fähig mit dem Kisten sortieren. Ich packe hier gerade nur noch Essen rein und Hast du mir vielleicht ein bisschen Kohle und ein bisschen Stein für den Ofen? Ja. Warte. Wie viel Kohle hast du eigentlich? Ah, nein. Was denn? Hilfe. Er fällt wieder in das Loch. So ein volles Loch. Lidion. Warte, halt. Nick, oh. Bau den da wieder hin. Bau den da wieder hin. Was willst du jetzt haben? Nur, äh, ich brauch drei, vier, äh, äh, vier, vier, fünf, äh, ich brauch fünf, äh, Covid-Zone und ein bisschen Kohle. Ja, bitte nicht. Danke. Ich nehme alles mit. Alter. Ne, der Stack muss reichen. Treib nicht wieder gleich, ey. Ist das nicht klar? Geil zum Schlafen hier. Ist das nicht ein Schlafzimmer, was man sich wünscht, ey? Mit Schlafzimmerblick. Mit Schlafzimmerblick. So, jetzt geht's hier nicht mehr raus. Hey! Sorry fürs Schlagen. Was war das eben für Musik oder so? Na, ist das schon wieder dieses Simpsons-Spiel da. Oh Gott. Was für Simpsons? Was für Simpsons? Nicht was für Chavo, was für Simpsons? Hm. Äh, ja, Mama. Alter, wenn einer der Adventure-God ist, dann bin ich das, ey. Wie ich da eben durchgesprungen bin, ey. Die Zuschauer haben es gesehen, ey. Das war einfach nur richtig geil. Das kann man nur machen, wenn man einen großen Pimmel hat. Ja. Genau. Also, Thomas wird es nie machen können. Ein bisschen Battle muss sein. Ein bisschen Battle muss sein. Ja. So, wir können in wenigen Minuten loslegen mit einer Tour durch die Berge. Hm. Oder durch die Höhlen. Gut. So, vorher machen wir uns immer schnell ein Bett, damit Thomas auch ruhig bei mir mal schlafen kann. Ich hab schon ein Bett. Du kannst trotzdem in meinem Schlaf mit mir. In meinem Bett mit mir. Und du sagst, ich bin schwul. Das sind mir die Liebsten. Oh je, so. Wo sind denn die Körbel? Stones hier sind die Besteine. Und ich dachte, es regnet schon wieder. Es regnet ja auch wieder. Oh, das ist doch schwul. Ah, scheiß auf. Wir gehen ja eh gleich in die Höhle. Nein. Ich mag Regen aus Prinzip nicht. PC-Rocket zwar nicht und so, aber ich mag das nicht. So, jetzt muss ich nur noch mit Wolle das hier eben wahrscheinlich bei dir so voll am Tod ruckeln. Scheiße, mir fehlen genau drei Wolle. Und die will ich jetzt haben. Achtung, jetzt kommt der Adventure-Gott wieder. Scheiße. Ja, so klingt ein Adventure-Gott. Scheiße. Oh, zweimal so wohl gibt's auch gar nicht. Zweimal daneben gefallen, ey. Oh Mann. Tja, das gibt es nur bei Save-LP. So, sag mal an. Ist hier irgendwo ein weißes, reinerassiges Schaf in der Nähe? Ich kann nicht schon mit der Ravy fragen nach, äh. Gib mal Wolle. Oh, ich hab ne Schere und das ein Schaf. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Ab die Wolle. Hab in dieser Folge, alter... So ein Lacker. ...ist deine... Warum Cheater? Ich hab nicht Cheater gesagt, ich hab gesagt Lacker. Nein, er hat geschrieben. Cheater im Chat, hab ich gar nicht gelesen. So, wo ist deine Mine? Wir finden nie welche. Sag mal an, ey. Vor allem, kannst du vergessen, jetzt hat er Diamanten gefunden. Jetzt finden wir schon keine mehr. Ja, aber grad einfach... Grab einfach irgendwo runter. Ach so, macht das schon ein bisschen langweilig eigentlich zum Zuhören. Auf welcher Ebene gefunden? Wahrscheinlich 11 oder 12 oder so. 11 oder 9, hab ich gehört, sind viele. Oh Mann, oh, 11 oder 12, okay. Oder, ja, 11, 12 oder 9. Ich grabe immer... Er schreibt, ich grabe immer... Mein Gott, sind die dämlichen... Ja, der ist doch korrekt. Ich grabe immer auf 8 bis 16. Grabe, er hat's wo gehört. Grabe. Und wie graben? Fragezeichen in alle Richtungen. Ja, du grabst halt einen Block breiten und zwei Block hohen Gang. Ich fang einfach gerade aus. So, äh, komm, ich brauch... Egal, wir machen jetzt erst unsere Tour. Ich... brauche nur ganz kurz die... und wollte mal eben... hier vorne weg. Und mach die einfach mal eben ans Ende. So, und dann brauche ich unbedingt Musikfeld mir auf, weil ich habe gerade Microsoft Musik laufen, weil ich sonst keiner habe. Okay. Ich hab keine Musik. Aber die Musik, die kann ich echt auch mal reintun, eigentlich. Die ist halt nur so sporadisch, äh, mal, finde ich, bisschen komisch. So. Jo, dann könnte es eigentlich fast schon aufgehen. Ja, gleich geht's los, ja. Dauert nur noch Stunden bei mir. Ich bauche nämlich noch mal kurz mein Glas, damit ich das Dach da bauen kann. Oh, gut, äh... Ja, ich mache jetzt dann kurz fünf Minuten, kurz eine Pinkelpause. Oh, na gut. Ja, du kannst ja auch kurz Aufnahmestopp machen, wenn du da... Ja, dann warte noch kurz fünf Minuten. Nein, warte kurz eine Minute, Sekunde. Jo, passt schon. Äh... Könnte ich nämlich auch von der Pause machen. Gott, man denn wieder Bettrum? Ich weiß nicht. Scheiß drauf, lass einfach so. Äh, wie muss das noch sein? Wenn man schlafen will, muss man einen hochspringen können vom Bett aus. Damit... Kann sein. Oder? Ein Hochspringen? Ne, ich glaube, man muss nur... Äh, muss auf dem Fall... Ja, stehen können. Man muss stehen können, das schon. Na gut. So, dann können wir nämlich das Glas schon wieder wegpacken. Und dann können wir gleich loslegen, wenn wir... Wenn wir noch im... äh, kurz die Kabelz genommen haben. Steine kurz. Und einmal kurz nach draußen, und dann haben wir es gleich. Au, halt, da fällt mir gerade ein, dass ich mir noch Fackeln machen wollte. Mach das. Scheiße, jetzt fällt mir ein, dass ich, glaube ich, noch ein paar Sticks übrig hatte und ich mir keine neue Nette machen muss. Tz. Clever. Tja, so bin ich. Clever bis zum Gehtnisch mehr. Ja, das ist der, ähm... Jonas. Guck mal, das ist halt das Geile an dem Projekt. Weißt du? Ja gut, dann machen wir jetzt eben kurz Aufnahmepause und dann ziehen wir eben Jonas noch mit rein. Bis gleich. Jo, bis dann.